Hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung. Heute ein kurzes Video von dem Problem, was ich immer häufiger bei Apex Legends in den Normals. Wir gehen runter, gewinnen den ersten Kampf, ja, und dann seht selbst. Du brauchst einen, wenn du keinen hast. Feind, Gefahr im Verzug. So, haben wir den Gegner schon gesehen? Runde 1, der nächste Mal hat er gehört. Erster Treffer. Erster Treffer und nicht wir haben ihn kassiert. Ausgezeichnet. Wo sind sie hin? Neuer Kirchspitzenreiter bestimmt. Augen auf den neuen Kirchspitzenreiter. Super. Fliege aus! Rauch freigesetzt! Fliege aus! Leg ein Zahnzug! Lade nach! Gesicht in! Leg ein Zahnzug! Setz den Locken ein! Der ist drinnen! Hinter mir? Jetzt haben wir alle geholt. Aber, wie man unten links sieht, alle disconnected. Wie gesagt, das ist jetzt sehr häufig in den letzten Tagen. Ich denke mal, das liegt am Seasonende bei den Normals. Aber sowas ist schon wirklich mega nervig. So, das soll es erstmal gewesen sein. Bis zum nächsten Video. Und Tschüß!